Hallo und willkommen zum neuen fortnite shop gestern kam hier das rainer paket rein da gucken wir mal was heute wieder frisches neues gibt der shop ist auch in einer sekunde da und da gucken wir mal was denn heute schönes drin ist okay was haben wir denn da vorgestellt piston champion wieder verschiedene skischu okay das sind die herren der schöpfung dann haben wir ein nickerchen zurück einsatz urlauber musik dabei okay das geht ja heute schnell also legen wir mal los so da gucken uns die ganzen hier mal an wie piston champions ersten skifahrer die sind alle nach 224 tagen zurück gehen wir mal kurz durch keiner da war alles dabei red britain rungreich germany und wir haben den skischu er ist aus 224 tagen ebenfalls zurück und hier sind die herren der skiprofi kann man wieder aussuchen den man denn da haben möchte aber nimmt sie alle da gucken wir heute in die täglich vorgestellten da haben wir einmal die heißer einen satz urlauber und dazu gibt es das dünen gepäck der ist nach 475 tagen wieder zurück und wir haben nickerchen nickerchen ist nach 272 tagen und es gibt wildes wackeln als musik die ist nach 32 tagen zurück und wahres herz nach 30 tagen und dann gibt es winterliches ständchen kennen wir alle von dem emote jetzt auch als musik stück dabei nach 351 tagen zurück und es gibt zauberwürfel nach 34 tagen zurück jodele und das war es auch schon für heute ging heute mal ganz schnell hier unten ist das düber paket jetzt im shop das ist also neu ok gucken wir uns das einmal an da haben wir einmal Ace Biss Kalt von Liga dann haben wir die Schlotterpartie als Axt und dann gibt es noch einen Black Bling dazu Gefrierpunkt und es gibt noch Weebucks ja 1000 Weebucks dazu für 11,99 ja und das war schon wieder mit dem shop für heute Mahalo bis zum nächsten Mal Ciao Eure Sam Gachen Eure Sam